Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 6. April. Heute dabei Tinder, Mac Pro, YouTube TV, Firefox und Pokémon Go. Beginnend tun wir die Folge mit Tinder, gestern haben wir es damit beendet. Tja, und heute schon wieder neue News, denn Tinder wird der große neue Sponsor bei Manchester City, einem Fußballverein aus England. Und Tinder hatte zuletzt erst mit Manchester United verhandelt, dem Lokalrivalen, und hat sich jetzt andersrum entschieden. Und wird ganz großer Sponsor und das ist auch das erste Sponsoring im großen Stil im Sportbereich. Die haben zwar bereits mit dem italienischen Verein aus Neapel einen kleinen Mini-Deal gehabt, aber jetzt ist das wohl eine ganz andere Liga und die wollen zusammenarbeiten und dementsprechend, als der Deal eingetütet war, ist auch ein Zeppelin mit dem Tinder-Logo und dem Spruch Perfect Match über dem Stadion rumgeflogen. Schauen wir mal, was daraus wird. So richtig habe ich den so noch nicht erkannt. Dating-App und Fußball, aber vielleicht verstehe ich es ja noch. Nächstes Thema. Apple und der Mac Pro. Der ist ja schon lange nicht mehr geupdatet worden und viele, auch gerade professionelle Nutzer, wussten nicht, woran sie dabei sind. Zuletzt wurde ja der iMac Pro vorgestellt als Gerät für professionelle Nutzer. Und nun hat Apple bekannt gegeben, dass der Mac Pro weiter existieren wird, auch weiter geupdatet wird, aber nicht dieses Jahr. Also der Mac Pro kommt, er wird sich verändern, wird geupdatet, aber erst in 2019. Ja, ein Grund wird wohl sein, dass viele auch die Kaufentscheidung für den iMac Pro hinausgeschoben haben, weil sie wissen wollten, was mit dem Mac Pro passiert, der natürlich ein bisschen flexibler ist, dadurch, dass er keinen Bildschirm hat. Und da ist Apple jetzt einfach ein bisschen transparenter, aber das wohl auch nicht uneigennützig, denn so erleichtern sie vielleicht ein paar Kunden die Kaufentscheidung. YouTube TV, das ist ja ein Fernseh-Streaming-Dienst in Amerika, also nicht für uns, sondern in Europa, wo man für 40 Dollar pro Monat diverse Kanäle bekommt, unter anderem auch NBA TV, MLB, also amerikanischer Baseball, MTV, CNN, also praktisch wie Kabelfernsehen übers Netz. Und als das rauskam, hat YouTube damals gesagt, die werden auch diverse Browser unterstützen, aber es lief die ganze Zeit nur auf Chrome, was ja auch aus dem Hause Google kommt, genau wie YouTube. Jetzt gibt es aber die große Änderung, YouTube TV funktioniert ab sofort auch auf Firefox. Wie gesagt, nicht für uns derzeit aktuell ein Thema, aber interessant zu sehen, was sich da in Amerika tut. Und wenn wir schon beim Thema Firefox sind, der hat auch bei iOS einen Riesen-Update erhalten, Riesen-Update in Anführungsstrichen, also für das iPad gibt es auch noch Performance-Verbesserungen, aber das ganz Große ist, der eingebaute Schutz vor Aktivitätsverfolgung ist jetzt standardmäßig im normalen und im privaten Modus aktiv. Das war nämlich bislang nicht so. Und gerade in den Zeiten des Datenskandals auf Facebook ist gerade sowas in Sachen Schutzaktivitäten bestimmt gut für viele Nutzer da draußen, wenn sowas einfach standardmäßig aktiviert ist und die Leute, wenn sie es eben nicht wollen, aus welchem Grund auch immer, das deaktivieren müssen. Ja, und zum Ende der Folge habe ich auch mal wieder eine Runde Pokémon Go am Start. Und da gibt es die News, dass am 22. April zum Earth Day, also dem Tag der Erde, eine große Aktion stattfinden wird. Also nicht nur eine eigentlich, also es ist eine Aktion insgesamt, aber es wird ganz viele Aufräumaktionen stattfinden, und zwar 30 Stück in diversen Ländern, diversen Städten. Leider keine in Deutschland, wo entsprechend Leute aufräumen sollen, die Gegend aufräumen. Und nichtdestotrotz, wenn die dieses tun, wenn das aktiv ist und Leute teilnehmen, dann wird Pokémon für alle Pokémon Go-Spieler, also nicht wirklich Pokémon, sondern Jantik logischerweise, für alle Pokémon Go-Spieler weltweit Sachen freischalten. Und zwar, wenn es 1500 Teilnehmer weltweit bei dieser Aktion gibt, dann gibt es für 48 Stunden doppelte Menge Sternenstaub für gefangene Pokémon vom Typ Pflanze, Wasser und Boden. Also das macht durchaus Sinn, Pflanze, Wasser und Boden am Earth Day. Und wenn es 3000 Teilnehmer gibt, dann ist es die dreifache Menge. Schöne Sache, die Pokémon, nicht Pokémon eben, Jantik. Die Jantik da macht mit Pokémon Go in Kombination mit dem Earth Day. So wird auch bestimmt noch mal so ein bisschen Awareness dafür erzeugt. Und ja, damit verabschiede ich euch in einem Freitag und ins Wochenende hoffentlich. Also wenn ihr zur Arbeit geht, habt einen guten Arbeitstag. Ansonsten, der Martin wird euch ab Montag wieder mit News versorgen. Bis dann, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.